Auch Erich Kästners Bücher wurden von den Nazis des Dritten Reichs verbrannt. Zur Erinnerung an ihn haben wir einige seiner Epigramme, satirische Kurzgedichte, ausgesucht und vertont. An der Gitarre Friedo Nippmann, Gesang Martina Henning. In memoria memoriae. Die Erinnerung ist eine mysteriöse Macht und bildet die Menschen um. Wer das, was schön war, vergisst, wird böse. Wer das, was schlimm war, vergisst, wird dumm. Mitleid und Perspektive oder die Ansichten eines Baumes. Hier, wo ich stehe, sind wir Bäume. Die Straße und die Zwischenräume, so unvergleichlich groß und breit. Mein Gott, mir tun die kleinen Bäume am Ende der Allee entsetzlich leid. Aufforderung zur Bescheidenheit. Wie nun mal die Dinge liegen und auch wenn es uns missfällt. Menschen sind wie ein Tagsfliegen an den Fenstern dieser Welt. Menschen sind wie ein Tagsfliegen an den Fenstern dieser Welt. Unterschiede sind wie ein Tagsfliegen an den Fenstern dieser Welt. Unterschiede sind fast keine und was wäre auch schon dabei. Nur die Fliege hat sechs Beine und der Mensch hat höchstens zwei. Kopernikanische Charaktere gesucht. Musik Wenn der Mensch Aufrichtig bedächt, dass sich die Erde atemlos dreht. Dass er die Tage, dass er die Nächte auf einer tanzenden Kunde steht. Dass er die Hälfte des Lebens gab. Mit dem Kopf nach unten im Weltall hängt. Die Gesicht der Globus berechenbar In den ewigen Reigen der Sterne mengt. Wenn das der Mensch von Herzen bedächt, Dann wird er so wie Kästner werden möchte. Dann wird er so wie Kästner werden möchte. Amen.